hallo und willkommen zurück bei on the table ja diesmal wieder mit einem fertigen modell endlich mal wieder hat ja auch wieder etwas länger gedauert das hier ist jetzt hier mein high grade meine high grade grace custom full armor ich habe immer noch keinen so richtigen passenden namen für ihn ist auch egal deswegen also der hauptbestandteil beziehungsweise ja was heißt der hauptbestandteil viel übrig ist vom grace eigentlich so nicht mehr es ist gerade noch der oberkörper und die arme die vom grace dann tatsächlich noch übrig geblieben sind also zumindest vom normalen high grade grace der rest sind entweder option parts aus den aus diversen option sets wegen halt hier der raketen der raketenwerfer die bazooka der hier das booster pack aber halt auch hier die schultern die schultern bekommt man halt auch beim ganz normalen grace custom aber die sind dann halt auch ja in dem option set mit dabei die die beine sind natürlich auch jetzt nicht vom grace sondern die sind dann tatsächlich von dem gundam und zwar form kemaris der wurde da dafür komplett geopfert und der kopf ja ist halt auch nicht mehr grace sondern ist halt vom gushern rebake der war ja dann noch übrig deswegen da gibt es ja halt zwei köpfe halt einmal in dieser geschlossenen und einmal in der offenen variante und die geschlossene variante hatte ich halt übrig gehabt und fand das ein bisschen passender als ja als der normale als der ganz normale grace kopf ansonsten ja es wurden dann halt hier diverse ja triebwerke und schilde noch irgendwie angebracht deswegen paar waren noch übrig gewesen von meinem grace ritter deswegen hatte ich noch einen zusätzlichen satz da gehabt bzw beim grace an sich sind ja sowieso irgendwie vier dabei ich fand das halt ganz neckig die dann an die schulterteile da anzubringen muss ich ein bisschen bohren und ja mit plastik stielen halt romantieren ist vielleicht jetzt nicht die hübscheste variante weil ja ich muss dann halt mit mit queen stuff und füllung irgendwie arbeiten damit das halt irgendwie halbwegs hält es lässt sich halt auch alles nicht so hundertprozentig fest arretieren deswegen so hält es momentan ganz gut halt auch hier die waffen die ich jetzt da an die schulter dran festgemacht habe sehen die sind halt auch einfach nur irgendwie ins plastik gebohrt und dann halt mit dem stil irgendwie befestigt deswegen das einzige was so war ist jetzt halt die auf oder die die aufnahme für die für die barbe tosses gun die ja die ich da dran befestigt habe da habe ich einfach nur loch halt rein gebohrt aber halt hier dieser steg der war dann halt schon vorher dran halt hierfür ja der war eigentlich so nicht gedacht da ist einfach auch nur ein loch drin jeweils unterhalt auch nur ein stil drin gott sei dank sieht man es dann halt weniger nur in sachen beweglichkeit also da ist dann halt nicht mehr allzu viel zu machen das bewegt sich dann halt nicht mehr so tolle auch hier die bazooka die hatte ich ja die ganze zeit so versucht irgendwie gehabt die ihm hier in die hand zu geben hat auch teilweise ganz gut so funktioniert aber sobald man da irgendwie angestoßen ist ja ist dann dann doch irgendwie der griff aus der hand gerutscht und ich dann irgendwo auf ja auf sechs uhr sah dann halt nicht ganz so schön aus deswegen ist die bazooka jetzt am ende hier festgeklebt worden kann man halt leider nichts anderes machen sieht mit dem griffstück hier jetzt ein bisschen albern aus aber ich könnte jetzt halt einfach noch rausziehen aber man hat dann halt immer noch dieses plastik so da stehen wer also werde also irgendwie selber das customizen will sollte sich das vielleicht überlegen halt diese teile hier vorher komplett wegzuschneiden das dann irgendwie flach zu polieren oder sonst irgendwie was anders zu machen und am ende dann tatsächlich wenn alles so irgendwie zusammengebaut ist und alles bemalt ist halt wirklich mit sekundenkleber oder sonst irgendwie was das dann festkleben macht wesentlich weniger arbeit und sieht dann besser aus womit ich jetzt nicht so ganz gerechnet hatte wobei ich hatte ja einmal pre-build gehabt ist das halt hier dieser zusatz booster dann doch sehr sehr weit nach außen halt geht ich weiß nicht ich hatte ihn beim ersten mal wo ich ihn dann irgendwie zusammengebaut hatte da sah das irgendwie schlanker aus habe ich mit den armen das irgendwie anders geregelt gab so dass die wesentlich sich wesentlich besser ins ganze eingefügt hatten ich weiß nicht wie ich es gemacht hatte aber irgendwie sah das dann etwas etwas besser aus jetzt müssen halt die ja die arme irgendwie man sieht halt hier ein bisschen weiter nach außen getragen werden ist designtechnisch jetzt teilt auch nicht gerade so schön gemacht aber naja man muss halt so ein paar kompromisse eingehen ja nimmt halt auch ein bisschen so an beweglichkeit halt raus dafür passen mir aber ganz gut die kimmerriss beine halt auch zu jetzt dem ganzen konzept wesentlich besser als die normalen craze beine leider habe ich noch nichts irgendwo gefunden wo ich die craze beine richtig so unter bekomme äh zum kimmerriss oberkörper passt es leider nicht eben weil die halt auch irgendwie bisschen äh angewinkelt sind ähm sieht etwas merkwürdig aus vielleicht kann man da irgendwie was anderes draus machen oder ähm sonst irgendwie was anderes mitverwenden äh weiß ich noch nicht ja dann äh würde ich sagen war es das eigentlich auch schon mit diesem kleinen showcase hier ich mache jetzt noch ein paar bilder und hänge die dann halt hinten ans video dran damit ihr vielleicht noch ein paar äh details seht und ja wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten mal wieder bis dahin abone der bis dahin abone 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020